Moin Leute und willkommen hier in GTA 5. Heute zeige ich euch mal ein paar Unterwasser Sehenswürdigkeiten oder auch wirklich einfach nur ein paar coole Easter Eggs wo GTA unter Wasser eingebaut hat. Das erste Easter Egg befindet sich an dieser Location, das ist jetzt wirklich alles ein bisschen schwierig zu finden nicht mehr so ganz easy aber ich denke schon wenn man da ein bisschen nach sucht sollte man es finden und zwar sehen wir wo ist es denn hier so eine Kapsel welche auch komischerweise beleuchtet ist man darf sich normalerweise nur der Kapsel nicht so nah nähern weil man sonst stirbt aber ich habe hier so ein Gottmode Zeug an daher ist das kein Problem. Wenn man jetzt hier sich der Kapsel nähert dann hört man im Normalfall so Klopfgeräusche ich war jetzt nur schon zu nah dran deswegen war das nicht mehr ich schwimme mal ganz kurz noch mal fix hin dann sollten normal wieder welche kommen da das was man jetzt gerade wunderschön hört deswegen war ich gerade zurück. Das ganze ist in Morse Code und soll übersetzt You never call how do you fancy going bowling. Das heißt in deutsch übersetzt soviel wie du rufst Jan hast du Lust auf Bowling das ganze soll generell auf Roman Bellic anspielen das ist von GTA 4 der Cousin von Nico Bellic. Ja der hat euch meistens oder die meisten muss gespielt haben die müssten das kennen der hat euch ein bisschen terrorisiert mit ein paar Telefonanrufen. Ja und darauf soll das ganze anspielen. Gut das war die erste Sehenswürdigkeit ich würde sagen kommen wir zu nächsten. Und hier sind wir auch schon an der zweiten Location. Ich weiß die Locations sind immer zu zeigen ist es wirklich relativ schwierig aber ich gebe trotzdem mein bestes damit ihr überhaupt ein bisschen wisst wo. Das ist eigentlich unter der Militärbasis bzw. neben der Militärbasis hier mitten im Ozean. Ich weiß nicht wie ich am besten hin hinzoome. Ich zoome einfach mal von ganz weg ganz hin genau da wo ich bin. Wenn wir hier sind dann sehen wir so ein Schiff das ist so ein bisschen Anhaltspunkt das hier. Darum geht es aber gar nicht sondern es geht um diese Leiche. Hier wurde kein schönes Ende bereitet. Es gibt wirklich glaube ich schönere Arten als so aus dem Leben zu treten und zwar heißt es dass diese Leiche in einen Mordfall verwickelt war. Diese wusste einfach zu viel und wurde deswegen hier versenkt. Ob das ganze wirklich so stimmt oder wie auch immer ist glaube ich meiner Meinung nach soweit ich weiß nicht bestätigt. Ich habe da einiges probiert rauszufinden aber wirklich leider nicht allzu viel gefunden. Nur eins ist ganz klar so abgehen will niemand. Gut kommen wir zur nächsten Location. Und hier sehen wir noch eine dritte Sehenswürdigkeit was auf jeden Fall nicht ausfallen darf. Ich weiß es nicht was für eine Geschichte dahinter steht. Auf jeden Fall finde ich es wirklich sehr krass gemacht und richtig cool eingebaut. Die ganze Location das ist hier oben wirklich fast ganz oben von der Map über dieser komischen Stadt wo auch normalerweise die Polizeistation ist und irgend so ein Waffenladen genau hier. Wenn wir hier sind dann sehen wir lauter Flugzeugteile. Es ist auf jeden Fall ganz klar was hier passiert ist. Gut ganz klar ist es nicht. Man weiß es nicht. War es ein terroristischer Anschlag? War es irgendwas anderes? Hier an der Location ist auch kein Geldkoffer normalerweise versteckt. Daher weiß ich nicht warum das ganze. Es gibt mit Sicherheit irgendeine Geschichte. Leider ich habe mal danach gesucht aber leider habe ich hierzu auch nichts wirklich passendes gefunden. Ihr habt nur gesehen hier auf der anderen Seite. Hier sind überall so Grippe sage ich mal von den Flugzeugteilen denke ich mal. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass es irgendwas anderes hier sein sollte. Das ist alles schon wirklich sehr eingewachsen. Man sieht ja auch es hängt in den Steinen mehr oder weniger drin. Ob es gewollt ist oder nicht weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall noch der hintere Teil vom Flugzeug. Ist auf jeden Fall schon sehr krass was die sich alles hier einfallen lassen. Und ich bin wirklich selber mehr als gespannt was es noch alles hier gibt. Weil ich denke mal auch die Unterwasserwelt von GTA kennt keine Grenzen. Was ist denn hier drüben noch? Wieso schwimmt da irgendwas? Das interessiert mich gerade noch. Aber ich denke mal das ist einfach nur scheiße wo da rum schwimmt. Ja nix. Nix tolles. Wie gesagt es gibt natürlich noch viele weitere Unterwasser Sehenswürdigkeiten. Aber diese werdet ihr in einem anderen Video sehen wenn ihr das natürlich wollt. Aber ansonsten war es von meiner Stelle auch schon wieder. Wenn euch das ganze gefällt lasst doch einen Daumen da. Wenn ihr Bock habt schaut euch die ganzen Sehenswürdigkeiten an. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen auch die Unterwasserwelt mal zu erkunden. Es gibt hier so mega viel und mega geiles zu sehen. Natürlich die Unterwasserwelt ist riesig und im Vergleich gibt es relativ wenige Sehenswürdigkeiten im Vergleich zu dem riesigen. Aber dennoch haben die mega viele eingebaut. Und ich weiß noch nicht es ist wahrscheinlich nur nicht mal alles gelüftet was es hier gibt. Schaut es euch einfach mal an von meiner Stelle aufs Wasser schon wieder. Ich würde sagen bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein. Musik 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 Appart儿 Musik